Momentan, würde ich sagen, ist einigermaßen trocken. Ja, wir wollen in der Nähe gehen, aber wir wollen in der Nähe gehen. und dann hängen wir auf die Similaun-Hut oder Glacier da, also vielleicht, mit den Flugzeugen, ob es möglich ist, dann können wir den Similaun-Hut erreichen, wenn nicht, dann sind wir auf der Weg. 700. Es soll ja kurz mal ein bisschen aufreißen. Ja, das ist gerade bei uns, also über uns ist gerade das besagte blaue Loch so ein bisschen. Ja, aber es soll wieder gegen 10, 11, 12, soll es wieder regnen. Okay. Und das heißt auch für euch, also wenn ihr dann da hochgeht, dann seid ihr gerade im Regen wieder da oben. Aufgrund der Wind-Situation unten glaube ich einfach, dass es, naja, wahrscheinlich besser sein wird, wir laufen unten rum, weil du nicht wirklich durchs Gleifen, wie du so viel rausholst. Du sparst ja die Höhenmeter für dich. Ja, Fernpass, so wie jeder Tourist überhalten, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020